Hallo August, hallo Pipi, hallo Kinder, winky winky, heute erzähl ich euch an beiden, diese Klanze, die sind einfach nur verrückt, denn der August ist nur am Quatschen, macht nur Mist und spielt mit meinen Sachen und wenn er schläft, er laut am Schleichen, ja das ist so laut, das hört das ganze Haus und der Pipi ist nur am Putschen, hat Käse fies, geht um den Duschen, setzt eine Fliege, macht da eine Fliege, ja stimmt so sehr, da riecht das ganze Haus, ja die beiden haben bunte Haare, nee kein Shampoo, sondern Farbe, so große Füße, wie Elefanten, wenn sie laufen, da riecht das ganze Haus, Hallo August, hallo, hallo Pipi, hallo Eltern, winky winky, heute erzähl ich euch an beiden, diese Klanze, sind einfach nur verrückt, die beiden sind voll Banane, sehen aus wie Rudolf, mit roter Nase, tief bohren, tief bohren, und verteilen die Popel, gern in das Haus, machen Handstand, ohne Arme, essen Spaghettis, will Kuchen Sahne, oder Suppe, mit ner Gabel, und fassern dadurch ganz gern das ganze Haus, sie gehen ins Schwimmbad, mit Creature Ente, volles Tablet, und klatschen die Hände, nur Konfetti, ohne Ende, Stimmung, und das Zeug verteilen sie gern im ganzen Haus, Mann, 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 sind die beiden verrückt, tschüss, 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 August, Pipi, Clowns Brothers,